Ja, warum BESTBOTS24? Nach wie vor möchten wir euch hier in dieser Folge oder in dieser neuen Folgereihe immer mitteilen, was es Neues, Interessantes oder Anderes im Gegensatz zu anderen Bootsmärkten gibt. Wir haben hier eine ganz neue Kooperation geschlossen mit der BOT Entfand bzw. BOT BERLIN und das ist für euch sehr interessant, weil man dann jetzt nach wie vor die Boote bei BESTBOTS24 seriert, aber zugleich das Boot, wenn euer Liegeplatz oder letztendlich als Händler auch euer Standort in Berlin oder in der Umgebung ist, erscheint euer Inserat, was ihr bei BESTBOTS24 seriert, zeitgleich auch in den neuen Webseiten von der BOT Entfand BERLIN. Ich zeige euch das mal hier an einem Live-Beispiel. So, hier haben wir die Webseite der BOT Entfand BERLIN und darunter direkt in der wunderschönen Listenansicht alle Boote, die in oder um Berlin inseriert sind. Man sieht immer wieder Deutschland und Berlin und natürlich dementsprechend kann ich noch meine Suchkriterien verfeinern. Wenn ihr also auch zukünftig hier erscheinen möchtet, nach wie vor bei BESTBOTS24 inserieren. Hier zugleich erscheint, kostet euch keinen Pfennig extra. Übrigens sind wir jetzt zur Boote Entfand im November für euch vom 10. November bis 14. November auf der Boote Entfand zu erreichen mit www.lactiongates.de, mit www.bestcredit24.de und natürlich wir als Team von BESTBOTS24.de. Danke für euren Besuch, wir freuen uns.